So, hallo, wir machen weiter bei, äh, nicht Among Us. Ich muss nachdenken, wir spielen jetzt wieder Isaac. Es ist nur die gleiche, die, die gleiche Aufnahme-Session sozusagen mit den Leuten, mit denen ich gerade Among Us gespielt habe. Es ist allerdings nur noch Counter da, die anderen haben sich schon verabschiedet. Ich glaube, die wussten auch nicht, dass wir jetzt noch Isaac aufnehmen, das war jetzt etwas spontan. Und, äh, ja, er wird mir nicht allzu viel jetzt helfen können, in Anführungszeichen. Aber, ich meine, er kann trotzdem, zum Beispiel, vielleicht mir Hinweise geben, Tipps. Vielleicht sieht er irgendwo einen Geheimraum, den ich nicht sehe. Alles möglich. Und ansonsten lacht er mich einfach aus, wenn ich Kacke spiele. Ich sag mir erstmal Hallo. Genau. So, ja, wir starten. Mittlerweile kenne ich die Challenge ja schon. Leider habe ich es im letzten Part halt wirklich einfach gründlich versaut. Das muss man auch, das war ja, nee, da kann ich auch ein paar Reset dich gleich. Ich habe schon keinen Bock mehr, wenn da nichts drin ist. Ähm. Im letzten Part gründlich versaut, das habt ihr selber gesehen. Also, ich hätte es, ach komm. Ich hätte es haben können. Ich habe es nicht. Ist halt so. Okay, das ist schon mal ein Space-Bei-Ital. Das heißt, das setzen wir in einem Gegnerraum ein und gucken, was passiert. Das ist kein Gegnerraum. Aber da kann man es trotzdem mal kurz bedienen. Kann eigentlich, äh, so genau habe ich mich da jetzt auch noch nicht mit der Challenge befasst. Ist es dann nur ein Space-Bei-Ital oder hat es auch noch einen Zusatzeffekt? Also die haben ja, alle Items haben ja irgendwie Zusatzeffekte. Also es kann ja Verschiedenes sein. Kann alles Mögliche sein. Kann es bei einem Space-Bei-Item, also zu dem Space-Bei-Ital auch noch ein Effekt sein? Oder sind es dann nur verschiedene Space-Bei-Items? Das meine ich jetzt. Oh, das ist eine gute Frage. Gut, danke. Sehr schön. Ich sage einfach mal, vielleicht. Ja, perfekt. Dann bist du so weit wie ich. Gut. Wieder kein Gegnerraum. Was ist das denn? Okay, wir drücken mal den Knopf, würde ich sagen. Ja, weil du bist so, bis Isaac durchkommst dann. Oder bis Blue Baby. Oh, cool. Nehmen wir. Gegnerraum? Jawohl. Ach, cool, toll. Mensch. Das ist doch ein tolles Space-Bei-Item. Spawnt das mal so ein Teil da. Das ist ja schon mal nix. Was höchstwahrscheinlich nur dich kaputt machen möchte. Ich glaube, es hat die Gegner auch kaputt gemacht. Aber ich glaube, mich wird es auch wahrscheinlich treffen. So, wir testen es mal kurz. Ja, okay, es trifft mich auf jeden Fall. Gut, das ist schon mal ein Space-Bei-Item, was ich nicht mehr einsetze. Jetzt ist ja am Anfang der Shop eh gerade ist, also können wir auf jeden Fall mal reinlaufen. Sollte da ein... Oh, 16 Münzen. Aber die kriege ich nicht zusammen. Das ist so ein gutes Item, das da. Interessant jetzt übrigens, dass der Effekt, nachdem ich das Space-Bei-Item... Oh, cool. Nachdem dieser Ecken-Effekt jetzt bleibt, das ist natürlich schon mal nicht gut. Der bleibt jetzt einfach. Okay, dann ist das halt so. Och, nee. Ist einfach der da. Aber ich habe auf den so überhaupt keinen Bock, wenn ich keinen gescheiten Damage habe. Dann dauert der einfach drei Jahre. Dann bin ich da immer so unkonzentriert. Dann muss man ein bisschen leiser machen. Zu laut für mich. So, jetzt. Na ja, wir gucken mal, was das Item gibt, was er mir gibt und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich bin eher im Moment auf Reset, muss ich gestehen. Oder gleich tot. Ja, das auch. Mann! Nervensägen. Drachen, nee. Hör doch auf. Das ist das, was ich meine mit, ich bin bei dem furchtbar unkonzentriert. Ich meine, hast du jetzt mitgezählt, wie oft ich mich habe treffen lassen? Ich habe... Ziemlich dumm. Na! Okay. So, was ist... Ja, das... Sieht nicht gut aus, aber ist natürlich was anderes. Oh, ich sehe es wieder ein Space-Bitem. Aber es kann ja nur besser werden. Du hast HP bekommen. Stimmt, ich habe... Ja, blaue Herzen sind, glaube ich, dazu gekommen. Ein paar. Richtig. Ja, komm, wir gehen einfach mal weiter und gucken, was passiert. Ich mag mich, ob die Challenge da Absicht ist oder ob... What the heck? Ach ja, genau, diese Rakete, die hat mich mal getötet in einem Run. Ja, verstehe ich. Okay, jetzt brauche ich also so eine Rakete per Spacebar. Das ist natürlich nicht schlecht. Wie sieht denn der Cop von Isaac aus? Der ist so ein bisschen gepunktet gerade. Oh, das ist wie so ein D100. Ja, stimmt. So, was haben wir hier Hübsches? Wafer. Kein Spacebar-Item. Ja, gab blaue Herzen. Und jetzt weiß man halt nicht, was noch für Effekte passiert sind. Das ist ja das Lustige. Das erfährt man erst dann, wenn es zu spät ist. Okay, aber diese Rakete würde ich auf jeden Fall mal gerne bei einem Boss versuchen. Wie die so sich macht. Also, wenn du diese großen Bomben hast und dann auch dieses Raketen-Item, denke ich mal. Weil selber im Spiel hatte ich die noch nie. Ja, okay. Ja, ich hatte die auch bisher noch nicht. Also, ich bin gerade leicht überrascht gewesen. Aber ich würde es jetzt gerne mal bei einem Boss einfach dem ins Gesicht drücken. Aber ich werde... Also, jetzt gerade merke ich zum Beispiel überhaupt nichts, was das Item macht, was ich eingesammelt habe. Also, literally Gornix, merke ich. Kann natürlich auch was sein, was man wirklich überhaupt nicht sieht im Moment. Oh, keine Ahnung, ob das irgendwie nur einen Effekt von einem Trinket haben kann. Ja, doch, doch, doch. Also, Trinket-Effekte kannst du, glaube ich, schon auch haben, weil ich schon manchmal... Trinket-Effekte meine ich jetzt zumindest gehabt hatte. Ach, aber jetzt schieße ich übrigens nicht mehr eckig, nachdem ich das andere Space-Bitem abgelegt habe. Das heißt, wenn ich es abgelegt habe, ist es auch wieder vorbei. Auch interessant. Kommen wir jetzt zum Boss? Ja, sehr schön. Dann können wir mal die Rakete in den Boss reinschicken. Vielleicht. Wenn ich nicht vorher einen Abflug mache. Aber hier dürfte ich eigentlich nicht mehr getroffen werden. Das wäre ziemlich peinlich. Muss ich gestehen. Okay, so. Moin. Cool. Nice. Da, da sehe ich mich. So, was haben wir hier? Neues Space-Bitem. Das ist natürlich kacke jetzt. Weil ich eigentlich die Rakete behalten will. Ich gucke mal, was es macht. Karten. Schön. Schön. Ich mag diese Challenge. Gehen wir den Raum da noch ab? Ne, oder? Jetzt hauen wir ab. Ja, Corona. Da keine Lust mehr. Da halte ich den Beutel wahrscheinlich nicht. Weil ich das Space-Bitem wieder abgelegt habe. Ja, alles weg. Okay, also gegen Boss ist es ganz cool. Aber ich müsste es halt immer auf... Oh. Mal aufladen. Und dann... Ja, naja. Wobei... Wenn es mehr Räume sind, könnte man es auch mal öfter einsetzen. Wenn dann irgendwelche einzelnen... grauen Fliegen noch da sind. Ne. Mann, jetzt geh halt kaputt. Ich hasse geringen Damage. Ich hasse geringen Damage. Mach die weg. Sehr gut. Äh, das sieht sehr spannend aus. Mal rausfinden, wo man laufen kann und wo nicht. Das ist doch noch bescheuert. Da hätten wir die Challenge nicht machen können. Ja, sie ist halt wirklich komplett unberechenbar. Ja, also... In meinem... In meinem... zweiten Part von der Challenge... Wie gesagt, ich will... Ich will dich jetzt noch nicht... Oh, oh, da gibt's was Schönes. Ich will dich da jetzt noch nicht spoilern. Aber... Da hatte ich einen Effekt. Es ist... Es ist furchtbar geworden. Es ist einfach nur furchtbar geworden. Manchmal kannst du das auch einfach nicht verhindern. Weil das einfach von selbst ausgelöst wird. Nicht mal durch Space-Bitem, sondern es löst sich einfach von selbst. Du kommst die ganze Zeit aus und du willst... Du hast den Effekt und du nicht willst, dass er sich weiter auslöst. Aber er löst sich einfach weiter aus. Das Gute, weil er schenlich ist aber, dass nicht jeder Boss, ähm... wieder bloat ist. Nice. Also da sehe ich mich. Oh nein, schon wieder ein Space-Bitem. Mann. So, jetzt müssen wir den Itemraum müssen wir schon noch suchen. Das möchte ich schon noch mitnehmen. Weil bisher haben wir halt überhaupt keine so Status-Items. Das gefällt mir nicht. Weil es gucken wir mal, was dieses Space-Bitem macht. Wahrscheinlich versau ich mir damit jetzt gleich wieder alles. Ja, nice. Es macht nichts. War nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Das ist doch... Das ist doch... Zumindest nichts Schlechtes. Oh, guck mal. Ich wurde getroffen und jetzt habe ich, äh, Dings. Also irgendwas hat es gemacht, aber man weiß nicht, woher es kommt. Der Effekt wird jetzt natürlich auch gleich wieder weg sein. Wahrscheinlich. Ja. Schade. Also ich wurde getroffen und nach dem Treffer... Aber das auch nur, nachdem ich das Space-Bitem... Ah, nee, jetzt bleibt es immer... Okay, jetzt ist es immer noch. Wahrscheinlich nur, solange ich das... Oh nein, ich darf nicht in die... Ach, ich hasse das, wenn ich diese Ecken laufe. Aber siehst du doch da eindeutig, wo du hinlaufen kannst. Jetzt gehst du wieder hin. Ja, ich dachte, jetzt schaffe ich die kaputt. Ja, okay. Okay, Glück gehabt. Aber du hast natürlich recht, ich bin wieder dahin gelaufen. Das ist doofes. Also wenn der Effekt jetzt bleibt, nach dem Space-Bitem, wäre das cool, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, ich werde es vergeben. Emperor, okay, das kann man mal behalten. Ach, nee. Ach, ich habe genug Bomben bekommen. Oh, das... dürfte gepasst haben. Ich will doch nur zum Item-Raum, danke. Mach der auch Dings... Ja, schon. Ja. Du kannst sogar... sogar mit so Kackhäufchen kannst du sogar auch hier ein Bissasch bringen. Ach, schon wieder ein Space-Bitem. Was ist das denn? Ich will nicht Space-Bitems, ich will einen effektenen Brauchbahn. Das hat deine Range erhöht. Ja. Das hat so einen roten Schuss mir mitgegeben. Aber als Space-Bitem muss ich halt die Rakete weiter mitnehmen. Na gut, wir spielen mal weiter. Ich bin absolut bisher noch nicht überzeugt von dem Run, aber wir spielen mal weiter. Die Rakete bin ich überzeugt. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Ah, eigentlich... Ach, jetzt hab ich auch genug's mehr. Hätte ich den... Achso, naja, nee, wir haben noch einen Schlüssel, das lassen wir jetzt. Den Schlüssel nutze ich lieber für den nächsten Item-Raum erst mal. Das nächste Space-Bitem. Wenn ich Pech hab, ja. Hilfe. Boah, das war noch mit Dodging-Skills, ja. Ja, genau. Hast du die Dinger, ne? Hast die so sehr, ja, geh weg. Hast aber so viele Gegner. Oh, guck, guck ich, danke. Achso, nee, können wir im Moment nicht machen. Wär jetzt dumm. Alle, die sich wehren wahrscheinlich. Nee, einfach die, die halt lange dauern. Das ist so... Vor allem, weil du halt, wenn du jetzt irgendwann irgendwie was hast, was schnell schießt, dann geht der halt die ganze Zeit nicht auf. Das geht mir so auf die Nerven. So. Ich könnte das Ding verschieben, aber ich seh jetzt nicht einen Grund. So, dann sprengen wir einfach. Und hab nix davon. Nee. Seh mich hier schon wieder in die Luft fliegen. Nein, man. Oh, der Effekt ist immer noch da. Das ist stabil. Werd getroffen, ich hab auf einmal Dings-Tränen. Das ist okay. Den Effekt nehm ich gerne weiterhin mit. So, jetzt haben wir gleich den Boss. Sehr schön. Wenn wir die Rakete reinjagen. Aber du planst ja auch nicht, dich treffen zu lassen. Nee, natürlich plane ich's nicht, aber es ist nett, wenn man, wenn es einen Ausgleich gibt. Lassen wir erst mal stehen. Der, der, oh shit, der hat mich mitgenommen. Das war nicht geplant. Also ich, da muss aufpassen, wo ich die Rakete losschicke. Wer war jetzt der Boss? Ich hab grad kurz den geguckt. Der Typ mit den drei lila Kugeln ausrum, der Fette, den man ist und so mit dem erledigen kann. Oh, wir haben mal einen normalen Effekt oder so, vielleicht. Wir wissen's nicht. Da war noch ein bisschen Suicide King in dem Item mit drin. Ja, ja. Aber der Name und so sagt ja nichts. Also das ist ja wirklich auch nur ein random Name, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was es dann ist. Auch das Außen ist komplett random. Also ich hab noch nie die Items, die da vorgekommen sind, dann gespürt, dass ich die hatte. Das muss random sein. Ich glaub, das ist einfach eine Zusammenstellung, die komplett nichts... Weil guck mal, ich hab doch da oben auch Kamikaze ganz viel drin und ich explodier nicht, wenn ich's einsetze. Dessen kommt die komische Rakete. Okay. Oh, das hat ein Damage abgegeben und ein Tears Up. Das war okay. Nee, Tears Up war's nicht. Tears Up war's nicht. Es ist... Was ist das unten? Der Pfeil's Range, ne? Ja. Ja. Ja gut, vielleicht bringt's was. Wir werden sehen. In Kombination mit dem Dings, dass man, wenn ich getroffen werde, hier genau die mache, dann ist es eigentlich ganz cool. Hättest du jetzt aber nicht vormachen brauchen. Nee, es war jetzt auch nicht geplant, aber es ist halt ganz cool, weil... Ich würde es ja auch gerne jetzt schaffen, so zu sprengen, dass ich nicht hier die Bombe benutzen muss, aber ich hab zum Glück genug Bomben, von daher ist es mir eigentlich auch egal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die explodieren, ohne dass ich... Ach, ich stehe schon halt kaputt. Ja gut, dann muss ich doch noch gesprengen. Nicht das Herz einsammeln, danke. Oh, Passage. Oh, da ist noch eins. Passage, was wirst du? Kein Calls, ich glaube, die meisten hauen mich immer, wenn ich Passage einfach verschwende. Ich weiß nicht, ob du mich da haust. Ich verspende das auch immer. Ich hab... ...eine Run heute, hab ich, glaube ich, auf einem Floor dreimal Passage verwendet. Ja gut, dann haust du mich schon mal nicht. Sehr gut. Auch einmal mit, äh, Jakob und Esau habe ich auch, äh, neben den, die Passage von dem Boss, hab ich noch mal eine zweite Passage gemacht, dass jeder seinen eigenen hatte. Okay. Das war auch schön. So, keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Oh, ich mach irgendwie, komm jetzt noch so, so Splat-Dinger, so ist das Spritze dazu. Ah, ja, okay. Wo kommen die her? Die weißen Teile? Ah, einfach, einfach random irgendwie. Na gut. Meinetwegen. So, wenn ich noch einen Schlüssel finden sollte, komme ich noch mal hier zurück. Aber an sich habe ich jetzt nicht mehr das Bedürfnis. Ein bisschen immer noch den Schlüssel in Fettlash prängen. Ja, ja, also da, ich will sowieso noch, es liegen jetzt ja einige Herzen rum, ich würde schon gerne auch noch die Maschine nutzen. Oha! Oha! War das jetzt Effekt von mir oder Effekt von dem? keine Ahnung. Die sind alle auf einmal kaputt gegangen, das war schon... empfiehlenswert. Oh, äh, moin. Ah, ja! Teilweise, wenn ich habe, also, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass... ja, ja, da sehe ich mich. Dass das Zerstören von Gegnern Gesamtschaden macht. Das, äh, manchmal, aber nicht immer. Ja, wirklich nur manchmal. Jetzt nicht. Jetzt auch nicht. Wann passiert das? Man weiß es nicht. Jetzt wieder. Du brauchst du Luck. Ja, ist wahrscheinlich wirklich Zufall. Okay. Ähm. The World. Nein, frage ich nicht. So, dann haben wir jetzt genug Herzen, dass wir, denke ich, mit der Maschine spielen können. Achso, machen wir erst mal den Raum noch. Komm, machen den Gesamtraum Schaden. Schade. Ah, ich glaube, das ist wirklich ein pures Glück. Okay, das sollte ein Raum sein ohne Schaden. Wenn ich, nicht komplett dumm spiele. Nicht, äh, nicht gerade von diesen, äh, Tränen von den Bomben da getroffen ist. Genau, genau, genau. Aber auch da, der, der, die Fläche ist eigentlich so groß, um auszuweichen. Das sollte passen. Außer, sie explodieren irgendwie alle gleichzeitig, weil dann dieser gesamte Schaden kommt. Ah, schön. Mag ich den Effekt. Hat was. Achso, der wird zu so einem, zu so einem Klumpen. Oh, nice. So, dann können wir jetzt auch einmal hier reingucken. Ja, da können wir nämlich das für zwei Münzen können wir schon mal kaufen und das versaut mir jetzt wahrscheinlich den kompletten Ohr an. Man weiß es nämlich nicht. Hurra. Okay, es hat schon mal irgendwas gemacht. Ist irgendein Effekt-Item? Justice. 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 Oh, wo kommst du denn her? Oh, mehr Herzen. Sehr schön. Dann spielen wir jetzt mal eine Runde mit dem Automaten. Du hast Zeit mitgebracht. Ja. Ist jetzt Freitag. Ne, halt jetzt ist Samstag. Egal. So, jetzt nicht mehr. Jetzt erst mal wieder gehen. Aber es liegen so viele Zweierherzen jetzt rum, das sollte eigentlich jetzt eine Weile sogar gut gehen. Am Ende reicht es dann trotzdem nicht für das HP ab. Naja, für das HP ab schon mal sowieso nicht, aber halt. Es ist ja sogar egal, sobald explodiert kriege ich ein Item dazu. Und für was es auf jeden Fall reicht, ist das Item im Shop. Ich habe zu normal gedacht. die Frage ist halt, will ich noch ein Item einsammeln, aber ich bin halt zum Beispiel herzenstechnisch noch überhaupt nicht zufrieden. Aber ich muss halt, es ist halt, ach, ich weiß nicht, es ist immer ganz schwierig. es ist halt immer noch da, dass du den I-Win-Button bekommst. Ja, oder den I-Lose-Button. Also ich kann ja auch komplett alles verlieren, wenn ich scheiße spiele. So, komm, wir probieren mal das Herz jetzt, äh, das Herz sag ich schon. Wir probieren mal das Item hier. Oh, lol. Oh, lol. So, interesting. Bitte kein Space Item, weil das will ich eigentlich nicht hergeben. Danke. Ich hoffe, es ist auch nichts Schlimmes. Oh! Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wer weiß, was es noch macht, aber das gefällt mir. So, wir haben noch so ein blaues Herz einmal rumliegen. Äh, ein blaues Herz. So ein Doppelherz einmal rumliegen. Also ich würde nochmals 4 zu 4 aufgeben und dann, also 4 halbe Herzen. Und wenn da nichts passiert, dann spreng ich den ganzen Quatsch hier. Weißt du, wenn ich gerne bei dieser Challenge sehen würde? Nee. Den Imero. Warum? Er hätte die ganze Zeit falsche Ecken zu bemängeln. Aber der hat sich doch bestimmt schon gespielt. Der hat doch mit Isaac eigentlich alles durch. Wobei ich nicht weiß, wie viel er von Repentance gespielt hat, das weiß ich nicht. Das letzte, was ich von dem gesehen habe vor Let's Play Your Level irgendwas. Ah, okay. Eigentlich, ach nee, Quatsch, wir wollten sprengen. Wir wollten sprengen. Ich würde sagen, eigentlich könnte ich auch einfach jetzt durch die Falltür gehen, aber ja, wir wollten sprengen. Ich bin ja schon unterwegs. Dieses eine Herz, was da noch liegt, das kannst du nicht einsammeln. Da habe ich jetzt gerade aufgepasst. Nee, soll ich nochmal, ich wollte halt jetzt nicht nochmal hin und her laufen. Aber ich kann, jetzt mache ich auch noch. Die zwei Münzen gönnen wir uns jetzt noch. Ich wollte halt den Zuschauern das nicht antun, da nochmal hin und her zu laufen, aber kein Problem. Zuschauer, die können leiden. Mach ich gerne. Die müssen sich jetzt bei dir beschweren. Ich wollte es nicht. Die Kommentare kommt eh unter deinem Video, von daher ist mir egal. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe gesagt, wenn ich einen Schlüssel habe, soll ich jetzt nochmal zurücklaufen wegen Empower? Nee. Gut. Dann lassen wir das. Aber langsam kennst du den Weg, oder? Ja, schon. Die hat einfach keinen Bock. Die hat einfach keinen Bock. Mal gucken, ob er noch was gibt. An Herzen vorher. Nee. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Okay. Ja, komm, Abflug, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber energietechnisch ist halt noch gar nicht geil. Also energietechnisch bin ich halt sehr schnell tot. Du musst dir besser ausweichen. Hörst du? Hö? Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber ich nehme sie. Also ich habe gar nicht erwartet, dass die kommen. Warum? Weil. Alles klar. Oh nee, den Raum warten wir erstmal ab, ob ich da wirklich durch muss. Ist denn in dem Raum so schlimm gewesen jetzt? Dass ich da nur einmal durch möchte. Gehe ich erst die anderen ab. Das ist so ein typischer Raum, wo ich irgendwann in den Stacheln lande. Aber da rennst du doch nur geradeaus durch. Ja, aber du wirst ja auch noch von den Dingern mit Gravity angezogen und das ist immer ganz komisch. Der Trick ist nicht stehen zu bleiben. Ach so, oh. Ja, komm. Das ist mal noch Emperor, gell? Oha. Also taktisch war es eigentlich unklug, das jetzt einzusammeln. Ich weiß. Eigentlich sollte man es erst ein- und dann noch jemanden praktisch die Rotenherz wieder voll hat. Aber er ist jetzt scheiß, aber es ist jetzt auch egal. Alles klar. Alles klar. Mann! Dass der mich jetzt noch mal treffen musste. Recht halt. Oha. Nein! Neues Baseball-Item! Okay, wir werden rausfinden, was es tut. Ich glaube, Mams-Falafel hieß das. Genau so. Okay, das ist ein cooler Raum. Aber ich muss mich jetzt mal so raussprengen, weil es könnte ja sein... Weiß ich gar nicht. Kann man die Challenge immer wieder neu betreten, wenn man sie mal geschafft hat? Oder kann die auch wieder zu sein? Wenn du sie geschafft hast, dann bleibt die offen. Okay, ich habe jetzt lieber mal eines aufgemacht. Wow! Was habe ich getan? Geblutet. Auf jeden Fall ist es nicht so krass wie die Rakete. Insofern werden wir uns schön äh unserer Space-Vitem zurückholen. So. Mit dem schönen Namen M. Ich muss mehr auf die Item-Namen achten können. Ja, die sind aber alle kaputt auch. Aber da können auch tolle Sachen bei rauskommen. Ja, ich weiß. Nein! Okay, ich werde gleich mal den... Ach, man, wir haben halt so wenig Herzen. Das ist doof. Na, geil. Soll ich noch in den Raum weitergehen oder soll ich lieber aufladen? Brauchst du deine Fähigkeiten? Nee. Ich habe nur den... den Pup zum Aufladen, na ja. Ich versuche mal so zu sprengen, dass der Pup nicht gleich in die Luft geht. Soll ich dazu? Okay. Schön langsam. Kein schwieriger Raum. Sehr gut gelöst. Man weiß ja nie. Fies übrigens, wenn dann die Kiste in der Mitte eine ist, wo man Schaden nimmt. Und du musst zurück. An der kommst du nicht vorbei. Jetzt wird's für Sponken gehabt. Ja, dann würdest du wahrscheinlich hierhin sprengen, dann noch irgendwie so runtersprengen. Ja, okay. Könnte man versuchen. Ich bin excited. Oh Gott. Ja, fuck. Ich habe mich ein bisschen eingeengt jetzt hier. Hä? Wo kommt mein Hothead her? Ist der Hothead? Heißt der anders? Keine Ahnung. Fehlt ein S drin. Das ist der Haust. Ach. Ja, fast. Okay. Ja, ja, ja. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Oh, nee. Jetzt kommt gerade der Excited-Effekt zurück. Ich bin gerade gar nicht gebraucht. Oh mein Gott. Wir gehen aber ab. Wo kam der jetzt her? Bitte was? Wo kam der jetzt her gerade noch? Wer? Oder war der die ganze Zeit da der Steinmann? Nee, der war nicht die ganze Zeit da. Aber was mache ich denn jetzt? Energie, scheiße. Guck mal, das ist das, was ich meinte. Ich glaube, das Spiel drückt gleich den R-Knopf für dich. Ich glaube auch. Ja, sehr gut. Darauf habe ich gehofft. Genau auf so eine Scheiße habe ich gehofft. Huuuuh! Nein! Pist. Ja. Das war doch mal was. Das war doch mal was. Waren wir gleich noch mal. Die gehen ja schnell. Vor allem geht's ja auch schnell vorbei. Aber ich habe von Anfang gesagt, der ist nicht so gut. Herzen waren halt nicht so, äh, Mann. Wenn ich keine Herzen kriege, ist das scheiße. Ich brauche Herzen. Ich kann noch so gut ausgerüstet sein. Von dem her war es eigentlich ganz cool, muss ich sagen, was wir hatten. Von dem her war es eigentlich wieder ganz cool. Aber wenn ich nicht Energie habe, dann bin ich einfach kacke. Oh, komm! Meine Energie hast du ein bisschen lost. Richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der, der treffe jetzt schon wieder war Mist, aber wir haben nicht, Mensch, wir haben nichts erlebt. Ich gucke mir mal zumindest, Mann! Und dann die vier Items an, die ich hier bekomme. Hattest du eigentlich nach, ähm, Greedier-Mode nochmal Tainted Keeper gespielt? Nee, ich habe jetzt erstmal die ganzen Challenges angefangen. Okay. Und halt zwei habe ich noch nicht freigeschaltet, da weiß ich noch nicht, wie man die bekommt. Ich kann ja schon mal sagen, ähm, an diesem Stress mit dem Einsammeln, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ja, im Normalen kann ich mir das besser vorstellen, wenn du in dieser riesigen Greedier-Arena. Weiß nicht. Das mag sein, ja. Also, im Normal-Modus war es einfach nur einfach. Ja, aber da hast du halt auch nicht ständig Gegner, die nachspawnen und du musst die ganze Zeit um neue Wellen kümmern und kannst das Geld nicht. Das ist, hier siehst du ja, was kommt und weißt auch, bleib dabei. Also, das kann ich mir schon besser vorstellen. Aber im Greedier, uff, da ist das gefühlsmäßig sehr anstrengend. So, was haben wir hier? Da ist ein Teil von Dings drin, ne? Siehst du das, dieses Pyramiden-Item da? Wie heißt das Teil? Scott Health. Ja, genau. Leider ist es nicht der Effekt davon. Alles klar. Das ist doch cool. Und ich kann es immer wieder einsetzen. Das ist doch in Ordnung. Es ist außerdem noch was, ist jetzt die Frage. Ich will jetzt eigentlich noch nicht den Typ da drücken. Das Problem ist jetzt, ich werde da nicht dran vorbeikommen, den zu drücken. Ah, vielleicht doch. Nochmal hier, Space. Wir sehen, ob da zwei kommen. Nee, habe ich schon probiert. Oh. Nee, kommen keine zwei. Huch. Ja, stabil. Der muss einfach nur 20 Minuten ausweichen und dann lässt du die da regeln. Aber die verdiere ich über die Räume, ne? Dann muss ja im Raum 20 Minuten ausweichen. Bleiben leider nicht. aber ist natürlich ein guter start in jeden raum und sobald es aufgeladen hat direkt das nächste hinterher ja ja die batterie schneller auflädt sehe ich mich problem ist halt auch hier wieder weitere items einsammeln ist halt dann schon wieder riskant weil kann ja alles weg sein dann wieder aber ich muss weiter sache einsam ich kann nicht das jetzt als alleine hernehmen also könnte ich schon aber mit dem auch die dinge kann man nicht jetzt kommt er gar nicht jetzt gemacht dann in großen räumen irgendwie falsch gemacht ach der kommt vielleicht nur wenn die gegner im raum sind das einzige was irgendwie sinn ergeben würde ja er konnte wenn gegner im raum sind so was bist du okay kein space bei item oh das ist schön bleibt jetzt die ganze zeit ich hoffe ja wäre nett ja okay also von den item namen her ist es bei dir bisher ziemlich enttäuschend ich komme da gar nicht hin dahin zu gucken muss ich gestehen alles ärgerlich ich kann den nur einmal rausholen danach bleibt der praktisch drin als diese peitsch funktion kann ich nur einmal machen danach ist halt einfach weiterer schuss wie sich das item im normalen verhält ich glaube da kannst du auch nur den einmal rausholen nee du konntest doch immer wieder danach peitschen oder bin ich jetzt doof so ja bei bei tenter dings da ja naja das ist doch von ihr aber es basiert ja auf einem item ach so ja gute frage man dem treffen lassen es auch wieder super peinlich muss ich gestehen item nehmen oder nicht nehmen das ist die frage aber noch bin ich dabei da ist ein space bei dem weg mal gucken was es tut effektiv nix also das andere auf jeden fall wieder zurückholen wasser ist im zweiten item raum ja ja beide ach ja der kleine zweiten war der typo gelder genau und hat nicht auf sein normal man was ist das blaue herz herr von dem boss item gerade also zudem space bei dem kam in blauen herzen ich bin hier auf die nerven geht aber damit schafft dabei und ein magnet effekt war auch dabei wait dann muss ich jetzt aber doch noch mal ganz kurzen abflug machen mir hier dinge gönnen backtracking richtig so war noch irgendwo irgendwas nena jetzt kann man gehen ob hier auch keinen blauen stein also tainted also tainted rock genau dings rock gesehen haben wir vergessen tainted markt zu viel aus ja genau ist da könnte da jetzt ja wahrscheinlich vom unteren raum jetzt wieder nicht sein können wenn wir doch da gibt es auch sein können ja doch hätte auch sein können ja dann war es einfach unter dem stadtraum ja ist auch gut möglich ja von hier aus auch jetzt wirklich noch den dritten raum durch diesmal gehe ich auf nummern sichern ja ziemlich sicher guter raum sehr guter raum sooo das ist erstmal genug ja das passt doch soweit das ist ganz interessant bisher mal gucken wie es weiter geht ja das ist an sich schon cool wenn man da mehr völkische rausholen kann also das muss man schon sagen gemeintes macht oha ja pillen sind kritisch larches weiß ich nicht ob das so gut ist in der situation ist wie ich hasse euch dass du es weißt ok wem machst du die frau ja ich habe nichts gesagt alles gut was haben wir darum die flammen weg mach ja weil ich habe dann mal die dinge vergessen ja wenn du so anfühend bist ok aber es kam auch da war auf jeden fall das war herz dabei wir gucken mal was es macht es hat status werte verändert aber nichts gravierendes auf jeden fall wieder das andere zurückholen es ist halt wirklich super riskant dass ich diese scheiße mache dass ich fremde space by teams einsätze wenn ich eigentlich ein gutes habe ich sollte es nicht tun weil ich kann dann hast du eigentlich diesen anderen schuss weil du hattest gerade noch so einen anderen schuss gab es kann von dem effekt von dem space weiter gekommen sein ich weiß es nicht den habe ich nicht konstant den habe ich absolut nicht konstant du kommst ja nicht weiter oh nein ich gehe kein oh ist das alles so kritisch im moment bringt es mir nichts ich weiß aber wir nehmen es mal mit solange ich kein trinket habe kann ich eins tragen doch ihr bleibt schön eingesperrt alles easy ich wollte gerade fragen ob du jetzt noch länger die wand beschießen möchtest schon so ein bisschen nee noch latscher müssen wir nicht werden dann brauchen wir lieber weiter und sunshine alter warum habe ich ja schon eigentlich muss ich nur den boss finden und dann geht es hier gleich weiter oh nein überfordert wenn schlippen wenn da ist hohe wollen bekommen so komplett überordert ich weiß ob ich machen soll oder nicht machen soll und da machte ich weg also rein buch wenn dein equipment scheiße ist dann ja also für die räume wurde revolt wird wenn dein equipment gut ist dann nein dass da würde sich jetzt hat wir wollen also ja und zwar komplett will ich das die karte kann ich gar nicht anziehen dann gehe ich da nicht hin also holen könntest du heute ich eigentlich bitte ich bin ziemlich sicher du könntest du die holen über den über die peitsche ja darfst du da einfach hingehen ach so du meinst das ist noch nicht der bereich wo sie aus dass ich traue das dachte ich mir ein gelber punkt schön punkt ist gut als viereck ja oh nice wir sind ja im boss perfekt der einraum dort und lassen wir jetzt in ruhe oh ich hasse dich bleibt da drin oh scheiße oh nee man ich hasse dich so sehr du wirst du mir schon kaputt gemacht hast mit deiner kacke der ich nicht ausweichen kann so heul sechs vieh gott hasse ich den so was haben wir hier für den boss da gibt es auch pazifisten modus oh das war gut nice tears ups da gibt es einen pazifisten modus ja du musst dir mit geld füttern und dann kriegst du ein zweites item und der verschwindet ich kann sie dir mit geld füttern wenn er dich haut dann haut er geld bei dir raus gott soll ich das jetzt probieren oder also ich trau jetzt langsam bin ich an dem punkt wo ich mich nicht betraue noch was zu nehmen du hast dreieinhalb herzen also ich weiß ja nicht oh siehst du mal ja aber die frage ist halt was noch alles so an effekten dazu kommt es gibt halt so viele effekte die den one komplett versauen können wird jetzt nur wieder spoilern wenn ich sage was ich für effekte hatte deswegen ich will dich nicht spoilern du sollst es selber gucken denk doch positiv so abflug ich hätte noch in den starren raum ich weiß hätte ich alles noch machen können aber ja ja das ist jetzt ungünstig sowas meine ich genau so eine scheiße meine ich jetzt teleportiere ich mich aufs basebar item perfekt zum glück haben wir ein ordentliches tiers ab sodass jetzt ein anderer effekt gut ist aber jetzt kann ich jedes basebar item knicken ich muss jetzt gleich noch mal testen ob ich jetzt wirklich immer teleportiere ob das jetzt ein zufall war ach so ein käse das ist gut das ist okay ach so ein käse da komme ich nicht ran okay okay wir probieren es mal das war ein sehr netter effekt oh gott wenn ich getroffen werde werden alle zu den dingern jetzt oder was ach du scheiße das ist der moment an dem man wieder realisiert dass man gewisse items einfach nicht mehr hätte einsammeln sollen aber was ach aber ich muss einfach immer das ist so schlimm wir sind jetzt weg wenigstens oder bleiben die okay oh gott aber das bedeutet auch ich werde getroffen und der raum ist geschafft ich darf dann mich nur nicht mehr von den piechern erwischen lassen also das kann auch ein vorteil werden am ende wir werden sehen aber uff neuer versuch zu ja jetzt kann ich kein spacebar item mehr einsetzen das ist jetzt vorbei scheiße wie gewonnen so zerronnen die coole peitsche die tierfraut ist halt mal richtig nice ja das ist schon das ist schon da also wir haben interessante voraussetzungen oh und wir verwandeln das merke ich jetzt erst wenn ich die kaputt mache mache ich pillen draus umso mehr umso wichtiger dass ich die pillen raus finde was sie machen ja es ist in ordnung wir müssen es einmal gefunden haben und ich sammle weiter scheiße eines ist furchtbar es ist einfach furchtbar ich sammle einfach weiter scheiße ein ich glaube noch eindeutig dass es kippie ist ja ja das wäre cool ich nichts dagegen aber ich finde es sehr gut dass wir pillen aus den gegnern machen weil wir haben schon dings gefunden wir haben schon gute pillen gefunden wir haben auch schon bombsack balls of steel gefunden das ist an sich in ordnung wenn wir aus allen gegnern jetzt so pillen machen bin ich da voll dafür ich würde sagen der run ist gewonnen das würde ich noch lange nicht sagen das ist das gerade dein ernst ich meine hast du nicht gesehen wie schnell ich schaden genommen habe in dem einen raum weil sobald ich schaden nehme sind die dinger ja also vielleicht verwandeln sie sich immer vielleicht war es auch nur zufall dass sie sich in die plattform verwandelt haben vielleicht können sie sich auch in was ganz anderes normales verwandeln wir werden sehen ich darf mich nur nicht mehr ich darf nur mein space item schon mal nicht mehr nutzen ich glaube du wirst aber bestimmt noch mal getroffen ja getroffen werde ich oh ok soll ich oder soll ich nicht an es ist so schlimm ich bin so neugierig und dann ist es kacke am ende das ist also bisher war es nicht so verkehrt ja aber du siehst ja nicht den nebeneffekt wie zum beispiel diese verwandlung von den gegnern ich sage ja bisher bisher ja ist richtig ach gott deswegen ist immer das was ich meinte am ende ist es wenn du merkst es erst wenn es zu spät ist dass es kacke war dass du scheiße gebaut hast lol hat irgendwie die wirkung als ob das von selbst aufgegangen ist die kiste sah interessant aus liefen wir da und jetzt sind auch andere sachen draus geworden nicht nur pillen ne sind auch schlüssel draus geworden oh gott geht gleich kaputt da hinten aber die tierrate ist schon im seien gut gefällt mir sehr gut okay boss raum sehr schön unbekannte pille aber so viel schlimmes kann man nicht mehr haben wir haben schon helft und gefunden also die schlimmste haben eigentlich schon weg so wer ist das bad trip ist noch nicht da gewesen aber bad trip ist nicht so dramatisch alles ist dramatisch was bei dir abzieht ja aber bad trip halt nicht dauer ja gut so lange ich schwarz und blaue herzen habe ist das bad trip natürlich auch wieder ein dauerhaftes da und in dem sinne aber ja doch wunderschön was mache ich jetzt scheiß entfestet herz da man ich weiß nicht mit die geräusche so toll ja man weiß nie was es bedeutet einfach irgendeine random scheiße die im hintergrund passiert oh gott apropos geräusche das habe ich bei am morgen das ganz vergessen zu erwähnen wenn eine leiche gereportet wurde dieses geräusch was da abgespielt wurde ja das war wahrscheinlich wegen am airship ok das klang immer so als ob gleich die durchsage für äh frau sowieso bitte gang 3 wieso habe ich jetzt on no ok wir haben jetzt das boomerang item wieder so wie das ding heißt also eigentlich ein item was ich nicht von freiwillig einsammeln aber mit ordentlicher tiersrate kann man es noch verkraften würde ich mal behaupten wollen haben wir noch den komischen teleportationseffekt ja moin jetzt können wir gerne mal in die kommentare schreiben unter welcher situation ja die werden auch zu bocken das boomerang item sinnvoll ist weil mir fällt keine ein what the heck die sind einfach zu alle möglichen geworden das ist die balls of steel die brauche ich zack da ist noch eine und da ist noch eine genau so was ist die kennen wir noch nicht da ist in ordnung die kennen wir auch noch nicht nice die lassen wir mal liegen ich guck mal nur noch blauen herzen ich will eigentlich das item nicht einsammeln ja perfekt ne ich sammle jetzt nichts mehr ein ich sammle jetzt echt nichts mehr ein nö solange ich die herzen so habe wie jetzt und ich immer mehr dings dann bekomme wenn ich glück habe ist es in ordnung ich geh jetzt auch weiter ich suche jetzt hier nicht noch den item raum weil ich will kein item mehr ab dafür ja ich geh jetzt weiter das kann man es natürlich machen muss ja kein item auftauchen kann ja anderes zeug sein ja ja ist doch in ordnung ja ist doch gut ach jetzt habe ich zwei von diesem scheiß da bist du bei den roten herzen bist das dauert doch noch du wirst einfach nicht mehr getroffen jetzt ja im moment ist es läuft es wirklich gut muss ich gestehen das problem ist so ein bisschen dass ich dass ich mit den tränen halt echt nah an die gegner ran muss das könnte nochmal ungünstig verlaufen dann aber benutzt doch einfach eine range abfülle ja bin dabei so die kennen wir noch nicht ok relaxer ist auch nicht schlimm relaxer das könnte jetzt ein raum sein in dem wir gleich wieder die plattformen sehen nein sehen wir nicht die gehen von selber auf bevor ich rangehe das sieht sehr interessant aus das sieht sehr interessant aus ich finde das bisher echt ok aber guck mal die gehen vorher auf das ist cool das wäre ich so ein wizard einfach automatisch Junge das geht ab bei dir aber ich bin noch nicht ich bin noch nicht auf dem modus dass ich sage dass der one switch gewonnen das habe ich schon zu oft gesagt und dann ist es schief gegangen aber ich werde nichts mehr einsammeln ich werde nichts mehr einsammeln würde ich jetzt auch nicht machen ich hoffe einfach drauf dass wenn wir Energie verlieren dass ich möglichst viele balls of steel bekomme weil die wahrscheinlichkeit ist ja da wenn die gegner zu pillen zum beispiel werden das ist ja eine ganz gute geschichte oh man äh dinks rock danke der da ja 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 stimmt ja siehste dafür habe ich dich dabei oh das war eine stabile bombe ich gib es zu Wenn's am Ende jetzt genau auf ein halbes Herz übrig ist, dann hast du mir den Orang gerettet. Ja. So, Mom! Was sagst du so dazu? Aua! Nur der Fuß, ne? Die rote ist nur der Fuß, glaube ich. Also auch da liegt ein Item. Wo liegt ein Item? Oben rechts. Oh! Oh, interessant. Das wär jetzt sozusagen ein echten... Mann! Smallrock! Aua! Schön. Nee. Nee, nichts davon. Abflug. Ganz schnell Abflug. Trau mich nicht. So, jetzt kassieren wir ein ganzes Herzschaden. Sowas wie Emperor würde ich jetzt stark bevorzugen. Muss ich gestehen! No! Okay, also der Effekt ist tatsächlich permanent. Hast du echt seitdem nicht mehr getroffen? Nee. Das muss auch so bleiben. Das muss auch so bleiben. Holy shit. Imagine einfach, hier sind gleich drei Millionen von diesen Dingern. Also der Pfla может... Das ist dick. ... ... ja geht doch mal durch das sieht ja spiel ist in ordnung aber warum was wie habe ich das wie löse ich das aus ich hab einfach eine krone auf dem kopf komm mal raus ich hasse euch so sehr ja ja danke vonny hatte ich gerade schon gesehen was das ist okay warum wir die türen sind weg hier geht es schon mal weiter schon wieder man ok aber dafür ist der raum geschafft aber das ist eine unbösige kombination ich habe die bombe eingesammelt und die ruhe ist zu dem tor geworden gut ist einfach weg okay gut dann ist das so spiel nicht will das nicht nein es werden immer mehr das fühlst du scheiße kann ich ihm zu schaden machen ne scheiße oh gott aber ein guter spieler hätte auch das hinbekommen also ganz ehrlich hier ist sich treffen lassen war eigentlich scheiße ne so ein dummer effekt man okay das war eine stunde wollen wir den part hier abschließt oder willst du noch einen versuch haben also wir können auch noch einen zweiten part aufnehmen wenn du magst oder wir können auch einen zweiten part machen dann machen wir es so gut dann machen wir es so dann sage ich nämlich danke fürs zuschauen das waren zwei ones die beide durchaus potenzial hatten aber naja ich bin leider ich bin halt immer ach man ich nehme immer zu viel mit ich nehme immer zu viel mit ich hätte es ich hätte es bei der peitsche belassen sollen wenn man mal bedenkt die hatte ich am anfang und dann hatte ich diesen blöden effekt dass ich per spacebar nicht mehr das spacebar nicht mehr nutzen konnte und ach man aber so ist es halt danke fürs zuschauen und tschüss Ciao